das ist der liad river am blackstone territorial park heute ist glaube ich der 27 juli und es ist 11 uhr abends so gleicher tag gleicher ort im prinzip eigentlich nicht mehr gleicher tag wir haben jetzt nach zwölf kurz nach zwölf und es ist immer noch so hell ich habe immer noch keinen fisch gefangen und damit denke ich zweifelsfrei bewiesen dass die hiesigen fische nicht aufs der christe beißen so jetzt ist es halb eins und jetzt lege ich mich mal so langsam schlafen in unserem schönen wohnmobil und da ich mich jetzt hier verabschiede und das wenigstens noch einmal um halb eins filmen es hat sich von der helligkeit her kaum etwas verändert aber